Es geht um das Klexikon. Wir nennen es einfach die Wikipedia für Kinder. Das ist für Kinder und für Erwachsene dann gleich verständlich, was das Klexikon eigentlich macht. Wir haben vor acht Jahren angefangen. Klexikon.de. Es ist ein Wiki wie die Wikipedia und wir haben halt verschiedene Gemeinsamkeiten mit der Wikipedia, aber auch Trends oder Unterschiede. In meinem kleinen Eingangsvortrag möchte ich die Klexikon-Textlänge nicht sehr überstreiten. Wir haben uns vorgenommen, im Klexikon-Artikel für Kinder nicht länger als zehn bis 15 Minuten zu machen, was die Leselänge angeht, wenn man relativ zügig liest. Und auch meine Infos über das Klexikon kann ich hoffentlich in zehn bis 15 Minuten packen und euch einen kleinen Überblick geben, wie das Projekt entstanden ist, wo wir heute stehen und ja, auch was es für Besonderheiten gibt. Unterschiede zur Wikipedia und so weiter. Und danach können wir gerne dann auch weitere Fragen dazu austauschen oder ihr könnt Fragen stellen. Ich antworte gerne und starte jetzt mal. Ja, wie gesagt, vor acht Jahren entstanden als Wikipedia für Kinder oder, wenn man so will, noch ein bisschen früher auf einer Republika, einer Veranstaltung in Berlin, auf der ich mit Vertretern von Wikimedia Deutschland gesprochen habe und die Frage gestellt habe, warum gibt es eigentlich noch keine Wikipedia für Kinder? Und ja, da es da jetzt so keine Antwort gab nach dem Motto, ja, wir sind dabei und das entsteht demnächst, sondern es ging eher in die Richtung, wir haben es versucht oder verschiedene Leute haben es mal versucht, aber irgendwie hat es nicht hingehauen, haben wir dann weitergesprochen und ja, so ist die Idee dazu entstanden, ein Konzept für eine, wie hieß es damals, eine Online-Enzyklopädie für Kinder zu schreiben, ein Konzept. Und ja, das war uns letztendlich nicht genug. Oder anders gesagt, ein Konzept dachten wir, können wir eigentlich nur richtig vernünftig schreiben, wenn wir auch ein Versuchsobjekt haben oder ein Wiki, ein Lexikon für Kinder, indem wir das mal ausprobieren. Und dann ist das Lexikon dabei entstanden. Vielleicht war es am Anfang eher ein Arbeitstitel, aber dabei ist es dann auch geblieben. K für Kinder, Lexikon. Lexikon ist daraus geworden. Die Eule ist in dem Prozess entstanden. Und ja, mittlerweile, acht Jahre später, sind wir eine Seite, die durchaus eine der beliebtesten oder meistbesuchten Online-Seiten für Online-Angebote für Kinder ist. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Ja, die Idee ist vor acht, neun Jahren entstanden. Vor acht Jahren sind wir online gegangen. Und was haben wir gemeinsam mit der Wikipedia? Eine Wikipedia für Kinder hat ja durchaus einen besonderen Ansatz. Aber gemeinsam haben wir auf jeden Fall schon mal, dass alle Texte, alle Bilder unter CC-Lizenz stehen. So ähnlich wie in der Wikipedia. Es gibt auch eine ähnliche Software. Es ist vielleicht nicht genau dieselbe Version, aber wir haben auch MediaWiki als Software. Das sieht man vielleicht auch, wenn man auf klexikon.de geht. Wir haben Bilder aus Wikimedia Commons, die wir benutzen können. Und ja, ein großer Schatz natürlich an Bildern, auch an Audiomaterial, was wir seit einiger Zeit auch nutzen, zum Beispiel um die Aussprache von schwierigen Wörtern dann sozusagen deutlicher zu machen oder von Personen, wo man nicht weiß, wie wird der Name ausgesprochen. Ja, aber dann kommen wir auch schon zu den Unterschieden. Das sind so ganz einfache Dinge. Am Anfang haben wir gesagt, wir möchten eine größere Schrift haben. Wir möchten größere Bilder als in der Wikipedia. Das war kein Problem. Das haben wir kurz besprochen und dann war das eine kleine Änderung in der Software und schon hatten wir größere Bilder. Ja, in der Wikipedia kommt uns das alles ein bisschen klein vor, wenn man jetzt die normal auf dem Rechner zum Beispiel das schaut. Online ist es natürlich unterwegs, mobil mit Mobilgeräten ist das natürlich was anderes. Weitere Unterschiede. Ja, uns war ganz wichtig, wir wollten einfachere Regeln als in der Wikipedia. Denn es gibt ja sehr viele Regeln, was die Relevanz von Themen zum Beispiel angeht. Bis man das mal durchblickt hat in der Wikipedia. Das kann dauern. Klexikon haben wir deshalb versucht von Anfang an, das etwas einfacher zu handhaben. Und es gibt zum Beispiel deswegen auch eine Wunschliste, eine Wunschliste für neue Artikelthemen, bei der wir schon von vornherein oder mit ganz entspannt, mit einem gewissen Vorlauf überlegen, was sind die nächsten vier, fünf hundert Themen, die wir uns fürs Klexikon wünschen, wo wir sagen, so jetzt wollen wir mal noch ein paar mehr Hundearten drin haben oder wir wollen bestimmte Themen, die in vielen Artikeln vorkommen. Das haben wir uns vorgenommen. Dann gibt es keinen Streit, wenn jemand zum Beispiel sich ein Thema ausdenkt und fängt es schon mal an als Text oder als Entwurf und dann sagen die anderen, nee, das wollen wir aber nicht haben. Und dann hat sich schon jemand ganz viel Arbeit gemacht. Nein, wir haben eine Wunschliste. Daraus kann man sich ein Thema auswählen und einen neuen Text verfassen und Bilder dazu raussuchen. Ja, und vielleicht der größte Unterschied zu Wikipedia, wir haben natürlich einen Anspruch, dass Kinder, alles, was wir dort haben, die Inhalte, die Texte, die Bilder, aber durchaus auch die Diskussionen unter uns Autorinnen und Autoren, das sollen Kinder verstehen können, das soll sie nicht abschrecken, das sollen Inhalte sein, die für sie geeignet sind, die sie weiterbringen. Und die auch verständlich sind. Großes Thema, kindgerechte Sprache, altersgerechte Sprache. Da kann man lange drüber sprechen. Und ja, wir hoffen dadurch, dass wir halt immer wieder daran arbeiten, immer wieder darüber nachdenken, was ist kindgerecht, dass wir da immer wieder jeden Tag einen Schritt weiter kommen. Vielen viele Autoren, dass sie halt ein Thema neu schreiben wollen. Und das bitten wir einfach vorher, uns zu schicken. Dann sehen wir schon mal, haben einen Eindruck, ob jemand das wirklich ernst meint mit dem Klexikon oder ob das andere Hintergründe hat. Das hat bisher sehr gut funktioniert. Wir sind ein kleines Team im engen, im harten Kern, so 10, 20 Leute. Und da möchten wir nicht irgendwie nach einem Wochenende oder nach einer Nacht ganz viele Dinge löschen oder rückgängig machen, wie das vielleicht in der Wikipedia schon mal nötig ist. Und ja, bei uns ist halt so ein Thema wie Vandalismus eigentlich kein Thema. Ja, das sind so die Unterschiede. Ich gehe mal ein bisschen zu den Zahlen. Also seit acht Jahren gibt es das Klexikon. Am Anfang gab es natürlich dann nur einen Artikel, den man lesen konnte. Mittlerweile sind es 3300 ungefähr, 3311 heute. Das klingt erstmal nicht viel im Vergleich zur deutschsprachigen Wikipedia, in der fast drei Millionen Artikel schon vorhanden sind. Aber wir sind mit 3300 eigentlich schon ganz zufrieden, wenn man sich anschaut, was ein Kinder- oder Schülerlexikon, das als Buch gedruckt wird, an Artikeln enthält. Da sind ja oft irgendwie 1000, 1500 Themen als Artikel drin. Da sind wir mit 3300 ganz gut aufgestellt. Es müssen nicht Millionen sein, sondern wir wollen vor allem die wichtigsten Themen abdecken, die Kinder interessieren oder die sie in der Schule durchnehmen oder im besten Falle, dass es beides betrifft. Und ja, das ist ja auch dann eine gewisse Arbeit, diese Themen und diese Artikel auf einem aktuellen Stand zu halten, dass alles stimmt. Und ja, da ist uns lieber einen kleineren Umfang an Themen zu haben, den wir dann auch aktualisieren können. Zu den Autoren. Das werden wir oft gefragt. Sind die Autoren eigentlich Kinder? Machen Kinder dort mit? Da muss man sagen, so wie andere Medien für Kinder, wie zum Beispiel die Logo Kindernachrichten im Fernsehen, wird auch das Klexikon vor allem von Erwachsenen gemacht, die aus verschiedenen Bereichen kommen, aus der Wissenschaft, aus dem Journalismus, Lehrer. Und wir sind also vor allem Erwachsene, die das zum Beispiel ehrenamtlich neben ihrem Beruf machen und schreiben dort Artikel, verbessern Dinge, ergänzen Dinge. Wir beteiligen aber trotzdem Kinder. Das ist uns sehr wichtig. Das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Feigenblatt, sondern auch vor acht Jahren, als das Klexikon entstand, haben wir ein Jahr lang zum Beispiel eine Klasse, eine Schulklasse als Unterstützung dabei gehabt, die wir immer gefragt haben, so, was wir hier an Ideen haben, diese Themen, die wir uns vornehmen. Am Anfang gab es ja fast nur eine Wunschliste und keine Artikel, die waren noch nicht geschrieben. Da haben wir Kinder sehr stark einbezogen und auch ihre Ideen mit berücksichtigt, Vorschläge für neue Artikel, ja auch wie wir Sachen formulieren, welche Schwerpunkte wir setzen und so weiter. Und wir schreiben auch immer wieder, wenn wir Schulklassen besuchen, Artikel zusammen mit dieser Schulklasse. Also die entstehen dann meistens ein Thema mit einer Klasse zusammen und dabei lernen wir auch immer wieder viel. Und das sind halt immer auch wichtige Anregungen von Kindern. Die lernen aber wiederum auch, wie OER entsteht, wie ein Wiki, wie die Wikipedia oder wie das Klexikon funktionieren. Und ja, einfach dieses, ja, gemeinsam an einem, an etwas arbeiten und sehen, dass andere das dann mit guter Absicht verbessern, ergänzen, Fragen stellen. Das finden auch Kinder hochinteressant und ja, wir profitieren davon auch. Ja, und das Thema Wunschliste hatte ich schon mehrfach angesprochen. Da werten wir nicht nur die Hinweise aus Klassen, aus Schulklassen aus, sondern wir schauen uns auch an, was Klexikonbesucher, also Kinder, die unsere Seite benutzen und besuchen, was die alles in unsere Suchmaske eingeben, aber nicht finden. Zum Beispiel Kobras wurden ganz oft gesucht in den vergangenen Monaten und dann haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir halt die Kobras, also die Giftschlangen, auf unsere Wunschliste. Und gerade in diesen Tagen entsteht dieser Artikel sozusagen als auf Anregung von Kindern, die nicht zufrieden waren, dass wir nur Schlangen hatten als Artikel. Und ich glaube, die Kreuzotter ist schon da, aber jetzt kommen halt noch Schlangenarten dazu, die sie interessieren. Und ja, bei den Zahlen möchte ich noch kurz weitermachen und auch langsam zum Ende meines Vortrags zu kommen und auf Fragen eingehen zu können. Was die Zahlen angeht, so haben wir jetzt nach acht Jahren ungefähr acht Millionen Besucher pro Jahr, also im Monat sind es bis zu eine Million Kinder vor allem, zu Schulzeiten natürlich, morgens und nachmittags zur Vorbereitung, bis zu eine Million Besucher, die klexikon.de besuchen und doppelt so viele Seitenaufrufe, also zwei Millionen Artikel werden pro Monat bis zu zwei Millionen werden aufgerufen. Und das zeigt uns natürlich, dass es einen großen Bedarf gibt, ja, auch eine Wikipedia für Kinder anzubieten. Und ja, wir sind natürlich stolz darauf, dass wir auch, wenn man zum Beispiel Erde in Google eingibt, dass wir dort ganz vorne an zweiter, dritter Stelle auftauchen, hinter dem Wikipedia-Artikel und offenbar, ja, da auf ein positives Echo stoßen, was unser Projekt angeht. Jimmy Wales hat vor zwei Jahren, als die Wikipedia 20 Jahre alt wurde, uns in einem Interview attestiert, dass das Klexikon ein beeindruckendes Projekt ist. Er hat damals mit anderen überlegt, ob sie vielleicht auch ein Angebot für Kinder schaffen, so wie Wikipedia. Aber das war ihn irgendwie zu kompliziert. Er sagt, für Erwachsene schreiben ist einfach, aber Kinder, das kam ihm doch zu kompliziert vor. Und das ermutigt uns natürlich, jetzt weiterzumachen. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.